Morgens, wenn der Mensch noch schläft, beginnt bereits unser Tag. Mit jedem Flügelschlag streifen wir sanft die Blütenblätter, sammeln den süßen Nektar und tragen ihn zurück in unseren Bienenstock. Für uns gibt es keine Müdigkeit, keine Pause. Wir sind die Ersten, die aufstehen und die Letzten, die schlafen gehen. Damit ihr den goldigsten und köstlichsten Honig serviert bekommt. Unser Geschenk an die Welt, wenn sie erwacht. Aus der Morgendämmerung auf euren Frühstückstisch. Goldrausch Bio-Honig